Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaußenrückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Lassen Sie uns direkt mit dem DAX beginnen. Wir starten hier das Video damit. Wir hatten heute durchaus eine sehr bärische Tendenz. Über 210 Punkte ging es nach unten. Mit dem Bruch der 9.666er Marke sahen wir hier bärische Impulse bis in den Bereich von 9.430. Das bedeutet hier ein Tagesverlust über 210 Punkte. Da merkt man vermutlich auch, dass jetzt die Griechenland-Krise oder die Europakrise, die Euro-Krise zurückkommt. Denn je näher es den griechischen Neuwahlen Ende Januar entgegen geht, desto konkreter, wie gesagt, werden hier die Ängste. Diese Abgabebereitschaft, vor allem die Frage, was kommt danach, wie wird Brüssel reagieren, stehen offen hier im Raum. Der Euro zeigte sich ebenfalls schwach, hatte zwar heute kurzzeitig ein Hoch bei 1.1975, ging aber dann zurück, drehte hier. Und letztendlich tendieren wir hier auch zum Freitagsschlusskurs niedriger. Wir sind jetzt kurzfristig unterstützt durch die 1.1876, beziehungsweise, ich würde das ein bisschen abrunden, 1.1870. Das Einzige, was mir halt nur nicht gefällt ist, selbst wenn es ein Mehrjahrestief ist, gerade aus dem Monatschart, wenn wir uns mal hier die langfristige Perspektive angucken, ist das lediglich ein einziges Tief hier. Und das ist aus dem Juni 2010 und das hält ihn aktuell hier noch ein wenig. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das Momentum ist weiterhin short und fundamental spricht halt nichts für den Euro. Das heißt, vermutlich ist es so, dass man trotz der etwas stärkeren Unterstützung hier erstmal vorsichtig sein sollte, da hier sowohl die charttechnische Lage als auch natürlich die fundamentale Lage momentan sehr ungünstig für den Euro aussehen. Wenn überhaupt, sehen wir Erholungstendenzen, die bis 1.20 gehen und spätestens hier erwarten wir eigentlich einen Rücksetzer. Weitere Short-Impulse sind zu erwarten, sollte es unter die 1.1860 gehen. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. British Fund, US-Dollar, genau. Kommt hier aktuell an eine kurzfristige Unterstützung, die er heute hier oder in den letzten Handelsstunden ausgebaut hat. Das ist dieser kurzfristige Momentum-Spike im Bereich der 1.51767. Aber alles in allem muss man sagen, das bärische Momentum übergeordnet als auch untergeordnet ist intakt. Selbst wenn wir Erholungen sehen sollten, die sind momentan eher korrektiver Natur und sollten frühestens bei 1.5370 beziehungsweise hier oben bei 1.55 enden. Der Premium-Einstieg, um es jetzt auch nicht überzuwerten, der bessere Einstieg liegt hier im Bereich der 1.55. Wenn überhaupt, weitere Short-Tendenzen sind mit einem neuen Tief hier unter 1.51767 verbunden. US-Dollar, Japanisch-Yen, keine Veränderung bei unserem Setup. Wir haben gesagt, tendenziell Bullish, US-Dollar ist relativ stark. Heute sahen wir einen durchaus stärkeren Yen, deswegen ging auch der US-Dollar, Japanisch-Yen runter. Aber prinzipiell wäre auch das hier ein Ausbruchskandidat in aufwärtsgerichteter Richtung. Hier über 1.12087. Wir hatten ein, was ich eigentlich gerade sagen wollte, wir hatten heute natürlich auch einen stärker werdenden Yen. Aufgrund der steigenden Unsicherheit in den Aktienmärkten, die Rückführung der Carry-Trades sorgte hier mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass eben Risiko rausgenommen wurde und Gelder wieder zurück in den Yen flossen, wo man sich vorher geliehen hatte. US-Dollar-Cut bleibt weiterhin Bullish, allerdings aktuell in der Korrektur nach der etwas stärkeren Durchbruchsbewegung hier. Da gibt es zwei Möglichkeiten weiterhin. Hier erstmal der untere Einstieg, ich sage mal besserer Einstieg, Premium-Einstieg, hört sich immer so ein bisschen populistisch an im Bereich des 61-Achter-Retracements. Zum einen, zum zweiten wäre untergeordnet natürlich auch noch das Ende der Korrektur hier tradbar. Aktuell bewegt er sich in einem Bullish-Flaggen-Szenario, in dem er sich relativ technisch sauber aufhält. Wie lange er es aushält, wie lange er es hier drin aushält, werden wir sehen, wenn er sie bricht. Das heißt, zweite Long-Möglichkeit wäre vorhanden, wenn er eben hier die Flagge nach oben hin aushebelt. Sollte man zumindest auch nochmal im Hinterkopf behalten. Australisch-Dollar, US-Dollar, viele US-Dollar-Paare. Da gibt es auch mal hier noch einen besseren Einstieg, nämlich an der H4 EMA55-Test hier. Circa im Bereich des letzten markanten Tiefs und vor allem dieser gebrochenen Trendlinie. Wobei mir hier der obere Einstieg besser gefällt, sind auch 33 Pips. Naja, es ist schon so die 0,81, 56, wenn überhaupt. Ist aber weiterhin übergeordnet short. NZD-US-Dollar weiterhin unter Druck hier. Wenn weitere bullische Impulse zu erwarten sind, dann werden die vermutlich erst nennenswert auftreten, wenn wir hier über 0,78, 75 ansteigen können. Das ist das erste Momentum-Level in der Form. Abwärts verlaufender Trendlinienbruch, letzten Hochs auch hier geholt. In der jetzigen Situation könnte es sich natürlich auch um so eine Art bärische Flagge handeln, Trend fortsetzender Natur. Und das ist, was wir hier sehen, lediglich ein kleiner Aufwärtsimpuls. Aber mehr auch nicht, bevor es dann weiter runter geht. Mit weiteren Schüben ist hier unten letztendlich zu rechnen unter 0,76. Der Pullberg an die bärische Flagge ist so eine Geschichte, findet innerhalb der Seitwärtsphase statt, die wir hier markiert haben in der gelben Zone. Und daher ist natürlich auch das Risiko vorhanden, dass die Seitwärtsphase dominanter wirkt und der Abprall an der bärischen Flagge hier nicht wirklich fruchtet. Von daher, risikoaffine Trader können hier vielleicht shorten, was ich gefährlich finde. Und risikoaverse sollten sich erst mit einem Bruch hier wieder neu positionieren, innerhalb dieses Kursgeschehens. Gut, was haben wir noch? Britisch Fund, Schweizer Franken heute, Wochenchart. Da einfach nur noch im Auge behalten, dass wir hier übergeordnet an einem wichtigen Punkt sind. Sicherlich der Umkehr, der Shootingstar hier, beziehungsweise der lange dort nach oben ist ungünstig. Aber wenn wir hier einen Ausbruch sehen sollten, vor allem mit einem Tagesschlusskurs drüber, idealerweise, wenn es hier über die 1,5530 geht, sollten wir weiteres Momentum sehen. Als letztes dann noch heute Euro-Yen-Premium-Einstieg in der Folge, oder beziehungsweise sehr schöner Einstieg liegt im Bereich hier des Schlusskurses 139,74. Ich würde dann einen Split machen, 140,05 und 138,80. Aber wie gesagt, nur als unverbindliche Äußerung. Da ist eine sehr schöne Unterstützung. Einzige Problematik ist, er hat eben noch nach unten hin deutlich Platz. Das heißt aber, die ersten guten Einstiege kommen spätestens hier. Das ist wichtig für das übergeordnete Trading. Die Korrektur ist lediglich, wie der Name schon sagt, eine übergeordnete Reaktion auf die vorherige bullische Bewegung. Hier von 1,3420 auf 1,149,61 waren immerhin auch 1600 Pips. Und von daher, wenn wir jetzt hier nochmal tiefer konsolidieren, 140er Marke, sehr interessant. Sollte man da ein Auge drauf werfen? Ich denke, ja. DAX kam heute schön unter Druck. Wir hatten ja gesagt, für bullische Impulse sind hier zu erwarten, wenn er entweder hier über diese Trendlinie und das letzte hoch steigt oder wenn er eben unter die 9670er Marke fällt. Schön durchgebrochen. Auch das zweite Level schön durchgebrochen mit einer wirklich mustergültigen Durchbruchskerze. Hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr zügig durchgeschnitten. Aktuell sind wir jetzt hier relativ weit in der Bewegung. Weiterhin short. Aufgrund eben des Bruchs der 9680er Marke. Ich sage es immer wieder, man muss nicht wissen, wohin der Markt läuft. Fakt ist einfach, man kann bullisches Momentum immer noch über 9,8 erwarten, besonders über 9,958 Punkten. Aber prinzipiell ist es auch genauso gut möglich, dass er unter die 9670 fällt. Und ob er jetzt nun steigt oder fällt, spielt keine Rolle. Hauptsache er triggert, er berührt und durchstößt eine der wichtigen Berührungspunkte oder dort die Orte, wo Bewegung entsteht. Und hier, wie gesagt, unter der 9670er Marke war das so ein Fall. Weiteres short Momentum ist unter 9,416 Punkten zu erwarten, dann bis in den Bereich von 9,230 Punkten. Jegliche Erholungen werden vermutlich bei 9,560, spätestens aber bei 9,650 Punkten wieder letztendlich abgefangen. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen wieder. Ich sage bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ich sage bis bald. Vielen Dank.